Baldi Spacey's aber mit einem gewaltigen Twist. Wir spielen Null. Und was gletscht ihr durch die Wand? Was ist da los? Was ist da los? Schon wieder ganz wilder Mord. Wer ihr Baldi mögt, Kanal abonnieren, Video teilen. Schön ist, dass wir uns überall hinschauen, ähm, halt überall gucken können. Hi Baldi, ich bin Null. Was ist denn? Ach, ist es. Ach, lol. Also es gibt nämlich auch einen Boss-Mode, den schauen wir uns aber danach an. Eigentlich sollte ich doch kein Stamina haben. Also eigentlich sollte ich unendlich Stamina haben, besser gesagt. Warum muss ich Notebooks einsammeln? Oder muss ich da wirklich einen Boss... Was ist das? Das ist eine Once. Ja. Da. Keine Ahnung, wieso die jetzt... Okay, lass uns mal überraschen. Der kann doch Null gar nicht verletzen. Das ist Null. Vielleicht soll man da doch in den Boss-Mode schauen. Aber was heißt am Hauptmenü, äh, you are Null. Also wir sind Null. Alter, da kommt ja alles auf mich zu. Ich glaube, ich muss da in den Boss-Mode gehen. Oder muss ich da alles einsammeln, damit ich meine Power irgendwie kriege? Let's play, let's play, let's play. Das fängt ja schon sehr gut an. 2, 3, 4, 1. Das fängt gut an. Aber du bist Null. Also Null. Ich habe einen Boss-Mode. Das ist Ketchup- Das war, das war ja vorher nicht. Noll. Ich, ich. Wer ist denn mit den blöden Sachen hier aufzumschmeißen? Stuhl, diesen Genes. Schmeiß wieder was. Wat? Äh. Das war irgendwie, äh. Antiklimatik. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich mir jetzt mehr darunter vorgestellt hab. Der Baldi-Mod war ich damals ganz geil, dass man Baldi spielt. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Au. Also du hast im Prinzip unendlich Zeit. Okay, aber das ist wirklich random, weil der, äh, äh, der ist vorher da lang marschiert. Au. Und der schmeißt halt immer Sachen. Aber gibt's ja auch was Sachen, die ich einsame kann? Das wird mir jetzt nur mal interessieren. Nee. Kann nicht? Nee, äh, Coins gibt's wahrscheinlich nicht. So. Da ist man uns das zumindest mal anschauen. Hast du hier was geändert? Nö, eigentlich nicht. Wo ist er jetzt eigentlich nicht? Oh, warte, es gibt, oh, ich warte, ich kann Coins einsammeln. Für was war ich eine Biese, oder? Ah, oder vielleicht, dass ich sag, oh, ich glaub, ich hab ne Ahnung, dass ich vielleicht Sachen wieder zurückschleudern kann. Hm. Das könnte sein, weil sonst gibt's hier nix. So, wo ist er hin? Hallo. Hat er einfach durch die Wand geschmissen, oder was? Loll. Sachen durch die Wand schmeißen, weißt du? Das ist absolut nö. Hallo, wo ist der? Ich mein, der versteckt sich jetzt gerade irgendwo. Du lacht sich da ins Fäuschen, weil sie bläb mir nur rumrennen, wie ein Bläder. Weißt du? Weißt du, wie cool ist das? Das ist eine ganze Musik. Hallo. Okay, du bist hier. Kommt ihr wieder mit irgendwas? Ah, ich hab Biss oder. Ach, da bist du. Ich hab Biss oder. Nö. Für was brauch ich Biss oder? Na, egal. Egal. Für was kann ich Quartus einsammeln? Ja, und das ist halt der ganze Weile. Hi. Ja, der sagt nicht, welcome to my schoolhouse, weil wir spielen ja. Noll. Aber okay, jetzt schauen wir mal mit Noll das Ganze einsammeln. Ob das... Ich muss so ein Unterschied jetzt machen. Ich hab gesagt, that's it. Du gehst mir auf den Sack, hey. Du gehst mir auf den Sack, hey. Boah, du bist ein bescheuertes Lineal da, hey. Das brech ich in zwei Teile. Ja. Brech ich in zwei Teile. Und watsch dich links und rechts damit, hey. Hey. Nein. Einmal probieren wir jetzt noch. Einmal probieren. Ja, hi. Eigentlich bin ich doch Superior eigentlich. Weißt? Aber nö. Die denken sich, nö, 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 nö. Wir besser. Weißt? Spohr. Zwar. Da, jetzt muss ich wieder aufpassen. X in principle. No running in all. Ekelhaft. No getting snacks. Nö, da ist er schon wieder. Da hinten. Habt's dann gesehen, da hinten war er schon wieder. Und ich hab jetzt kein Quarter. Null. Hey, ich hab Noll. Ja. Ja. Acht. Na, da ist ein Quarter. Jeder smarter als du. Na, ich seh ihn schon. Ist das gerade vorbeimarschiert? Nein. Oh Gott, ich hab schon wieder. 1-3 ist Noll. Ha! Das ist Noll! Lass mich doch hier raus! Toll. So. Let's play! Nein, let's play again! Nein! So. Biss ja, oder? Und Snack! Wie brauchst du'm Snackies? Alter. Aber wieso eigentlich? Jetzt kommt es ja gerade. Wieso eigentlich 9? Warum so'n Geier 9 eigentlich? I don't get it! Fünf. Gib mir her. Die Fünf! Himmelarsch und Zwirn! Biss oder? Das brauch ich ja gar nicht anfangen. Fünf. Fünf! So. Sechs von neun. Ja, bro. Ah. Gib mir da recht. Bro. oh nein nein kommt aber nichts mehr zum glück die glück das schöne ist du siehst welchen bereich nur noch nicht war es wenn das alles durch glitscht es ist das schöne grad oder bleibt dann sogar kurz steht und nein nicht let's play nein ich sehe nichts mehr pfeife geht mir auf den sack alles gibt mir auf den sack ja ja candy hopcock candy oh nein das weep 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 so zu sagen ah perfekt einmal zweimal wird er hat schneller dann will ich mir das gerade ein woher geht es mir alles so auf den sack hier geht es mir so auf den sack und eigentlich in die richtung ok pass 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 die richtung auch wenn ich daher kam alter please nein nein ok es war ein guter run ja hat schon passt ja lass es gut sein also im endeffekt der boss mode also du bist bei beiden null beim boss mode hast du so seine power und im sorry mode bist du halt einfach nur normal würde ich fast sagen aber ja war nett damit bedank ich mich fürs zuschauen wünsche noch einen schönen tag macht's gut macht's gut